Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder eure Lena und ich melde mich dieses Jahr zum letzten Mal und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal das Team hinter der Kamera. Da haben wir den Matthias, das ist unser Aufnahmeleiter. Er schreibt die Texte und organisiert alles und dann haben wir den Fabian, der steht hinter der Kamera. Ja, und der schneidet, legt die Musik darunter oder die Texte und alles, was ihr sonst so in den Filmchens immer für Überraschungen findet. Und hier noch ein paar wichtige Hinweise. Wir sind für euch in der Geschäftsstelle noch am 23. und 30.12. erreichbar und regulär ab 2.1. wieder im Dienst. Ja, und wenn ihr einen Notfall habt, dann wisst ihr, habt ihr unten im Hausflor an der Tafel die Notfallnummern, die ihr gerne anrufen könnt. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Wir wünschen, also das gesamte Team der GWG wünscht euch wunderschöne Weihnachten, all unseren Mitgliedern, Freunden und Geschäftspartnern einen guten Rutsch. Bleibt gesund, habt euch lieb und immer schön auf die Mutti hören! Vielen Dank!